hey torch hey es ist kollega de boss hey hey weißt du frederick kahn also weißt du kollega de boss hat einen lamborghini aventador sportwagen mit 800 ps kid hier es ist kollega de boss ich habe eine rolex aber nur kind also weißt du es ist eine persönliche message an dich hey torch es ist kollega de boss also ich finde deine lieder auch voll cool die ziehe ich mir immer rein wenn ich in meinem lambo durch die gegend cruiser kid also du weißt es ist kollega de boss ich bin am schotter machen am stoff verteilen der kofferraum meine karre ist voller kokain kid wenn ich mir eine nase selber gezogen hat geht sich immer fremd im eigenen land rein in meiner lambo karre kid ja und kapitel 1 und so und vom linguist und turnier alte schule und habe gladiator kid es ist kollega der über boss frederick hahn tut ich hoffe du hörst dir auch auch mal meine kollega gangster rap sachen an kid